So, wir sind hier in den Everglades und das ist eine praktische Privatstation, von der wir dann los starten mit so einem, so einer Art, ja nicht Luftkissenboot, aber so ähnlich als das, und wir haben jetzt 5 nach 11 und ca. 12 Uhr geht es los, so halb 12, ganz genau weiß ich das gar nicht. Ja, das ist so der Steg für die Airboden. Das gefällt mir alles sehr gut hier, nicht so überlaufen, schön ruhig. Ja, das ist so überraschend, wo wir hier hingefahren werden. So ein Vierer, das war schon ganz prima, da hat jeder einen Platz zu gucken, zum Fotografieren. Schon klar, so. So, jetzt geht es. So, jetzt geht es. Musik 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 Ja, an den anderen Stellen war das immer alles jetzt so schmal, schmale Wurden. Das sprach hier so ein Erwurt, ganz aus der Nähe. Für sechs Personen. Da braucht schon einiges hinter sich, wie man sieht. Aber die Dinger sind zäh, glaub ich mal. Und das ist ein Erwurt. Die Dinger ist ein Erwurt. Das ist eine Erwurt. Das ist ein Erwurt. Das ist ein Erwurt. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 We've got a few of those around. That's King Kong there. That's a big one, huh? Yeah, he's a big one. And they rest on the tree limbs so that they can float easily, huh? They're resting on the tree limbs so they get some of the sun, yeah? Also the sun. Absolutely. That was going so good. That was good. So good. Okay. That was a beautiful eye view of the red plane. Das war's. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020